Was ist die ideale Übung, damit ich besser werden kann und auch ein wirklich guter Mensch werden kann? Hallo, ich bin Bodo Schäfer und heute an Nikolaus möchte ich mit dir über die Disziplin der Dankbarkeit sprechen. Weißt du, ich bekomme jedes Jahr so viel Feedback zu diesem Video, weil es so einen großen Eindruck auf unser Leben, auf unsere Gesellschaft und auch einen Einfluss auf die ganze Welt hat und das ist nicht übertrieben. Also was ist diese Disziplin der Dankbarkeit? Dankbarkeit ist für mich ein Hauptwert und es ist ein Hauptwert in unserer Firma. Wenn wir uns zusammensetzen, dann sprechen wir darüber, was uns gut gelungen ist und das ist eine unheimlich schöne Stimmung im Raum. Wenn jeder so sagt, wofür er dankbar ist und auch etwas Persönliches einfügt, aber auch etwas Geschäftliches. Und das ist nur ein Beispiel für die Disziplin der Dankbarkeit, also so eine Routine, ein positives Ritual. Ganz gleich, was wir tun, ganz gleich, wie es uns geht. Es gibt immer Dinge, für die wir dankbar sein können. Dass wir gehen können, dass wir atmen können, dass wir essen können, dass wir sehen können, dass wir hören können. Ganz einfach, dass wir leben. Die Disziplin der Dankbarkeit ist im Grunde genommen ganz einfach. Wir bringen Dankbarkeit als festen Bestandteil in unser Leben und dafür schaffen wir Routinen. Es gibt viele verschiedene Arten und Weisen, wie wir das tun können. Ich mache das so. Nachts, bevor ich ins Bett gehe, gucke ich in den Spiegel und dann sage ich mir einfach mindestens drei Dinge, für die ich dankbar bin. Und morgens, als allererstes, wenn ich aufstehe, schreibe ich eine Liste von Dingen, für die ich dankbar bin. Das ist ein bisschen so wie Sport und alles andere. Am Anfang ist das ein bisschen komisch, aber dann wird es immer selbstverständlicher und wir werden immer sicherer darin. Und über die Monate und Jahre macht es einen unglaublichen Unterschied in unserem Leben aus. Ich nenne es gerne einen Rahmen, durch den wir alles betrachten. Wenn wir durch diesen Rahmen, durch diese Brille sehen, dann verändert sich alles, wirklich buchstäblich alles. Wir haben heute Nikolaus. Das ist einer der schönsten Tage im Jahr und ich sage dir auch warum. Es geht darum zu geben, etwas zu schenken. Und bevor wir etwas geben können, machen wir uns bewusst, wie reich wir sind, wie gut es uns geht und wie dankbar wir sein können. Wir können sagen, das Erste, was wir geben, ist tatsächlich Dankbarkeit. Und ich glaube, wir können gar nicht dankbar sein, ohne auch anderen Menschen eine Freude machen zu wollen. Wenn dieses kurze Video zu Ende ist, dann schreib doch bitte fünf Dinge auf, für die du dankbar bist. Oder schreibe zehn Dinge auf. Hier ist mein Vorschlag. Für die nächsten 30 Tage schreibe morgens wenigstens drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Nur drei, aber jeden Tag. Mach es wirklich jeden Tag. Und du wirst sehen, innerhalb von 30 Tagen lebst du ein ganz anderes Leben. Ich garantiere es, wenn du diese Übung jeden Tag machst, weißt du was, wenn du dankbar bist, kannst du gleichzeitig keine Angst haben. Es ist unmöglich, zur selben Zeit dankbar und ängstlich zu sein. Wenn du also die Übung machst, hast du immer weniger Angst. Das habe ich von Sir John Templeton gelernt vor einigen Jahren. Ich hatte mal das Vorrecht, mit ihm essen zu gehen. Ich war Anfang 30 und ich habe ihn gefragt, er der größte Moneymaker der Welt damals, was so wichtig ist in seinem Leben. Und wie gesagt, er war damals der bekannteste und erfolgreichste Geldmanager der Welt. Mehrfacher Milliardär, eigene Insel, geadelt von der Königin von England. Und ich habe ihn gefragt, Sir John, was ist die ideale Übung, damit ich besser werden kann und auch ein wirklich guter Mensch werden kann? Ich hatte einfach den Eindruck, der ist so ein richtig guter Mensch. Dann hat er mich angelächelt und irgendwie hat er genau gespürt, was ich wissen wollte. Und er sagte, mach diese Übung jeden Tag. Diese Übung, dass du dir drei Dinge sagst, für die du dankbar bist. Nur drei. Mach das jeden Tag. Schreib es auf. Und du wirst sehen als Nebeneffekt, dass auch die Angst in deinem Leben immer kleiner wird. Bis sie schließlich immer kleiner, immer kleiner und so klein ist, dass sie schließlich verschwindet. Und du wirst sehen, als Nebeneffekt wird auch die Angst in deinem Leben immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, bis sie schließlich fast verschwindet. Ganz ist sie nie weg. Aber sie kann wirklich kleiner werden. Das ist eine sagenhafte Übung. Und wir werden sehen, wie bei jeder Übung, dass wir darin nicht perfekt sind. Seien wir also gnädig mit uns, aber machen wir weiter. Nimm dir einfach vor, es jeden Tag zu machen. Und du wirst sehen, nach einiger Zeit hast du ein immer größeres Glücksgefühl. Du fühlst dich reicher. Und das ist wirklich fantastisch. Es gibt Tage, an denen ich es mal vergesse. Aber da mache ich am nächsten Tag einfach weiter. Warum? Weil es so wertvoll ist. Wir haben diesen Sieben-Jahres-Kurs, deine erste Million in sieben Jahren. Und die Menschen, die daran teilnehmen, werden natürlich wohlhabender. Aber vor allen Dingen lernen sie noch ganz andere Dinge. Dinge, die ihr Leben dramatisch verbessern. Die ihnen mehr Lebensqualität geben. Und zum Beispiel ihnen mehr Dankbarkeit geben. Und von diesen Menschen bekomme ich auch Feedback. Sie schreiben mir Mails, Briefe, rufen mich an. Und ich bin so dankbar, was sie mir schreiben. Denn ich weiß, ich tue etwas wirklich Sinnvolles. Ich habe vom Leben sehr viel bekommen. Und ich freue mich einfach, dass ich zurückgeben darf. Ich höre von diesen Menschen, wie sie ihr Leben verändern. Wie sie wiederum andere beeinflussen. Und diese dann auch wieder reicher, glücklicher und dankbarer werden. Das sind Tausende, Zehntausende. Und ich muss mich manchmal einfach kneifen, dass ich mithelfen kann, so etwas zu bewirken. Es ist einfach unfassbar spannend und tief beglückend. Ich habe das, was meine Leidenschaft ist, zu meinem Beruf machen können. Und ich bin auch ganz gut darin geworden. Ich habe vor allen Dingen viel Spaß dabei, dass ich wirklich etwas bewirken kann. Und es ist ein absolutes Vorrecht, so leben zu dürfen. Und das macht mich tief dankbar. Ich bin dankbar, dass es dich gibt. Und dass du jetzt dieses Video schaust. Und vielleicht bekomme ich ja auch von dir ein Feedback. Ich würde mich richtig, richtig darüber freuen. Vielleicht lerne ich dich auch einmal kennen. Vielleicht kann ich dir helfen, einen kleinen oder einen größeren Anstoß geben für dein Leben. Ich freue mich einfach, dass es dich gibt. Und hier meine Bitte. Schreib doch einen kurzen Kommentar unter dieses Video. Vielleicht schreibst du auch einfach drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Stell dir vor, wenn jemand auf dieses Video kommt und all das liest, wofür wir dankbar sind, dass das automatisch auch sein Leben verbessert. Sag mir, wofür du dankbar bist. Und dann tu genau das, was wir eben besprochen haben. Schreibe 30 Tage lang auf, wofür du alles dankbar bist. Es ist ganz einfach. Drei Dinge jeden Tag aufschreiben. Es kostet dich wenig Zeit, weniger als eine Minute. Und es wird doch so unfassbar viel verändern. Natürlich kannst du es dir auch leicht machen und die Übung einfach nur im Kopf machen. Aber ich habe für mich erfahren, dass es sehr viel stärker wirkt, wenn wir es wirklich aufschreiben. Ich habe sogar mein Dankbarkeitsjournal entwickelt, in das ich hineinschreibe jeden Morgen. Also nimm doch bitte an Nikolaus diese Herausforderung, diesen Challenge an und notiere ab jetzt 30 Tage lang täglich drei Dinge, für die du dankbar bist. Vielleicht gibt es jemand, der dieses Video auch sehen sollte. Dann teile es doch bitte mit diesem Menschen. Es sind ja oft ganz kleine Dinge, die unser Leben komplett verändern können. Beginne jetzt mit deiner Dankbarkeitsübung und schreibe bitte deinen Kommentar. Dein Bodo.